Eine Waschmaschine im Wohnmobil, das ist bisher etwas, was nur in den Luxus- und Linerklassen unterwegs ist. Aber wir haben das jetzt auch handelsüblich für euer Wohnmobil mit der Waschmaschine, die sich hier neben mir befindet, die Tiny Wash. Für viele von euch ist es ja ein wichtiges Thema. Autarkie, im Camper ein bisschen die Freiheit ausleben. Und oft kommt man dann wieder über den Fall, dass man die Wäsche, die man dabei hat, einfach nicht waschen kann oder tatsächlich dann irgendwo Halt machen muss, um sie zu waschen. Wir sind jetzt einer der Händler, die die offiziell einbauen können und jetzt mag der eine oder andere wahrscheinlich denken, ja, das kostet ja richtig viel Geld. Dem ist nicht der Fall. Das ist nämlich gar nicht so teuer, wie ihr das vermutet habt und gar nicht so schwer umzusetzen für euer Wohnmobil. Und das zeigen wir euch im heutigen Video. Seid gespannt. So, starten wir erstmal mit den technischen Daten. Hier habt ihr mal so eine Art Einbaubeispiel von uns. Das ist jetzt hier dieses Montageset, was ihr dazu bekommt. Genauso wird sie auch befestigt in eurem Wohnmobil. Hier ist die Devise, je fester diese Maschine montiert ist, desto weniger Vibrationen habt ihr, desto besser ist der Einbau und desto besser funktioniert sie auch. Denn ihr kennt das von eurer Haushaltswaschmaschine wahrscheinlich, wenn der Motor sich ordentlich dreht. Da sind natürlich sehr viele Fliehkräfte vor allem, die auf diese Waschmaschine einwirken. Und deswegen ist diese Befestigung eigentlich immer sehr, sehr gut. Die Waschmaschine selber wiegt 17 Kilo. Ihr habt jetzt natürlich dann noch ein Montagesystem, wenn ihr es braucht. Dann habt ihr eventuell noch Pumpen oder sonst was, was ihr zusätzlich mit einbauen müsst, die Leitungen. Also ihr kommt hier, Waschmaschine selber, 17 Kilo. Und mit dem Rest vielleicht nochmal 3 Kilo zusätzlich auf maximal 20 Kilo raus, würde ich jetzt mal sagen. Wir gucken uns mal die Einbautiefe an. Das sind nämlich insgesamt circa 35 Zentimeter. Das wirkt erst gar nicht so krass, aber dadurch, dass dieses Fenster hier nochmal so eine Wölbung hat, sind wir bei 35 Zentimeter. Und schauen wir uns mal den Radius an oder die Breite in dem Fall bei circa 55 Zentimeter. Und die Höhe bei, ich würde jetzt mal schätzen, circa 60 Zentimeter. Dass ihr es auch mal so euch als ungefähre Maße anschauen könnt. Die genauen technischen Daten, die findet ihr auf der Homepage. Packen wir euch aber dann auch nochmal in die Videobeschreibung von dem Ding rein. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnt ihr denn überhaupt mit dieser Waschmaschine machen? Wenn wir die mal anmachen, haben wir verschiedene Programme. Die macht auch immer tolle Geräusche. Es gibt insgesamt, ich glaube, 5 bis 6 Waschprogramme, die ihr unterschiedlich wählen könnt. Zum Beispiel hier Smart, Hot, Quick, dann Kids, Smalls. Es gibt sogar die Möglichkeit, einmal nur Luft durchpumpen zu lassen. Und dann habt ihr sogar noch Trocknerprogramme, wo ihr hier jetzt von 30, 60, 90, aber auch 120 Minuten dann tatsächlich wählen könnt. Und auch die Möglichkeit, wenn ihr eine Handwäsche gemacht habt, dass ihr dann tatsächlich einfach nur schleudert. Das gibt es auch. Also hier Air und Spin wäre so ein Thema. Oder hier auch nochmal verschiedene Programme einfach. Dann könnt ihr hier zusätzlich noch eure Temperatur wählen. Ihr könnt Try Plus wählen. Dann wird nach dem Waschgang nochmal getrocknet. Ihr könnt Rinse Plus wählen. Dann wird einfach nochmal ordentlich durchgeschleudert, dass das nochmal zusätzlich trocknet. Also habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu trocknen. Jetzt ist natürlich die Frage, was in so eine Waschschine reinpasst. Aber natürlich auch der Stromverbrauch und das klären wir jetzt im nächsten Thema. Ich habe hier jetzt mal Klamotten mitgebracht. Die packen wir mal rein in das Ganze. Es ist so, ihr habt eine maximal mögliche Beladung von 3,3 Kilo. Eine normale Haushaltswaschmaschine ist so bei circa 9 Kilogramm. Ich habe auch mal geguckt tatsächlich, was wiegt denn überhaupt so ein T-Shirt. Also beim T-Shirt sind wir so bei circa 150 Gramm. Bei einem Pullover bei 500 Gramm. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie groß ist es S, M, XL, Damen, Herren? Ist es ein leichter Pullover, ein schwerer Pullover? Also das sind dann auch Erfahrungswerte. 3,3 Kilo hört sich immer so nach so einer fiktiven Zahl an. 9 Kilo ist eine Haushaltswaschmaschine. Könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, was ihr damit machen könnt. Ich bin ein Typ, der seine Waschmaschine prinzipiell immer überlädt. Bei mir funktioniert das System tatsächlich auch. Aber jetzt packen wir da einfach mal was rein. Wenn wir von einem Gewicht pro Hoodie von tatsächlich 500 bis 600 Gramm ausgehen, dann kriegt die hier für die Wäsche auch nur Sex-Pullover rein. Und ihr seht auch schon, wenn ich die jetzt hier reinpacke, diese Kleidungsstücke, was ich hier habe, das sind jetzt ganz normale Größen, haben tatsächlich auch noch eine gewisse Dicke dabei, dann ist das Ding voll. 10 T-Shirts würde ich tatsächlich reinkriegen, tatsächlich sogar um die 22, wenn es halt leichte T-Shirts sind. Und ja, das ist jetzt so die Leistung. Jetzt würde ich das Ding zumachen und es würde funktionieren. Empfehlen würde ich natürlich euch trotzdem bei der Nennleistung zu bleiben und auch bei der Maximal-Kapazität. Nennleistung haben wir so von circa 2,5 Kilo und eben die maximale Kapazität 3,3 Kilo. Wenn ihr natürlich mehr reinkriegt und es passiert nichts, bleibt es natürlich auch euch überlassen. Beim Trockner ist es so, der hat 1,5 Kilogramm Vermögen. Das heißt, wenn ich hier jetzt auch zu viel reintue, dann wird einfach nicht richtig getrocknet. Das sollte euch dann auch klar sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Wasser, wie viel Strom braucht ihr denn tatsächlich? Denn auch das ist jetzt wieder so, rein vom Kopf her denkt man jetzt wahrscheinlich, ja gut, ja, also wenn ich jetzt kein Line-Up, dann macht das ja gar keinen Sinn. Und dem ist nicht so. Ich war auch überrascht, dass diese Waschmaschine gar nicht so viel Strom verbraucht, wie man das denken mag. Ihr habt jetzt bei dem Schnellwaschprogramm einen Wasserverbrauch von 12 Liter und auch circa 0,33 Kilowatt pro Stunde. Und wenn ihr mal überlegt, ein Schnellwaschprogramm 15 Minuten, also einmal die 0,33 durch 4, dann sind wir bei unter 0,1 Kilowatt pro Stunde. Wenn wir am Strom hängen, gar kein Stress, wenn wir auf Batterie sind oder mit Wechselrichter eigentlich auch kein Problem. Nur mal für euch zur Information. Wasserleistung oder Wasserkapazität, die wir brauchen, sind wir beim Schnellwaschprogramm bei 12 Liter und bei dem Vollwaschprogramm zwischen 18 und 24 Liter. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben ein Wohnmobil mit circa 100 Liter Frischwasserkapazität, dann macht das auch relativ viel Sinn und ist auch sehr einfach möglich, wenn wir eine Wäsche mal machen. Und ihr wisst ja, gerade bei dem Wasser, wenn ihr da keinen hohen Anspruch habt, könnt ihr das überall rausziehen zum Wäschen. Zum Waschen reicht es dann allemal. Das sind auch dann tatsächlich sehr interessante Fakten. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euer Waschmittel einfach selber mit reinzutun. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, jetzt ist sie gerade ausgegangen, hier oben bis zu 400 Milliliter einfach bis zum Maximum Waschmittel oben reinzufüllen. Und tatsächlich bemerkt die Waschmaschine dann, wie schwer die Ladung ist und passt dann den Waschmittelverbrauch oder den Einsatz von Waschmitteln selbstständig an. Wenn ihr es oben reinfüllt, wenn ihr das nicht haben wollt oder mehr Waschmittel braucht, dann packt das einfach mit in die Wäsche rein. Also Flüssigwaschmittel. Nur mal für euch zur Information. Unsere GYMA Outdoor Days Hausmesse in Mannheim und Wertheim vom 12. bis 14. April bis zu 20 Prozent auch im Fahrzeugbereich. Und das Ganze begleitet von einem tollen Rahmenprogramm. Mehr Infos hier unten. Was müsst ihr jetzt also beachten beim Einbau? Wir kommen natürlich auch gleich auf die Kosten zu sprechen. Und hier habe ich euch mal ein Exemplar mit dazu gepackt. Nämlich wir sind jetzt bei der Heckarage von einem handelsüblichen Detlef's Just Go teilindegriertes Wohnmobil um die 70.000 bis 80.000 Euro. So und jetzt werde ich das mal ausmessen. Diese 55 Zentimeter, die wir hier haben, die würden zum Beispiel jetzt hier an diese Rückwand relativ gut hinpassen. Ist natürlich eher die Seite, wo ich viel belade. Deswegen könnte ich sie hinten hinpacken und hätte dann eben diese Einbautiefe von den 37 Zentimetern. Und da wären wir ungefähr so weit rausstehend. Ich packe euch mal Einbaubeispiele rein. Also der Josch wird sie euch einfach mal einblenden, wie das bei handelsüblichen Wohnmobil auch gelöst werden kann. Oftmals haben nämlich die Wohnmobile gerade so Nischen, wie wir sie hier haben, wo ihr sowas ordentlich und richtig schön versteckt dann auch einbauen könnt, sodass die Waschmaschine euch tatsächlich keinen großen Platz wegnimmt. Vor allem bei den größeren Fahrzeugen haben wir sowas ganz, ganz oft. Und bei den Einzelbettgrundrissen sowieso, dass ihr links und rechts nochmal eine kleine Nische habt in der Heckgarage, wo das ganz gut geht. So und jetzt kommen wir zu den Kosten. Was kostet denn so eine Tiny Wash? Und da habe ich auch einen tollen Benefit für euch, dafür, dass ihr dieses Video schaut. Eine Tiny Wash kostet in der normalen weißen Variante 1.169 Euro und in der Silber-Chrom-Variante 1.239 Euro. Das sind ohne die Einbaukosten und die kommen nämlich noch oben drauf. Das ist natürlich individuell, aber ihr könnt jetzt mal schätzungsweise davon ausgehen, je nach Werkstattstundensatz, dass diese Tiny Wash um die 3.000 Euro inklusive Einbau kostet plus minus. Ja, das kann sein, dass das schnell geht. Dieses Montagesystem ist super einfach, dann muss das Ganze noch verkabelt werden. Das sollte eigentlich kein größeres Problem sein. Wenn ihr jetzt Interesse an sowas habt, dann schreibt uns gerne, denn wir haben für unsere Hausmesse ein tolles Angebot. Die Tiny Wash wird an der Hausmesse auch zu besichtigen sein von euch. Und wir geben den ersten zehn Kunden, die tatsächlich eine Tiny Wash bei uns bestellen, einen Rabatt von 200 Euro auf die Tiny Wash nochmal oben drauf. Und dann kommen noch die Einbaukosten on top. Das heißt, da könnt ihr euch nochmal was sparen. Kriegt nochmal einen schönen Deal von uns für die Hausmesse. Wir freuen uns darauf, wenn ihr bei uns vorbeikommt und euch die Tiny Wash bei uns einbauen lasst. Deswegen haben wir diesen Hausmesse-Deal für euch gepackt. So, jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges Thema. Was passiert denn, wenn meine Tiny Wash auf einmal kaputt geht und ich dafür nichts kann? Und dafür greift dann die Garantie. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Tiny Wash gesprochen und er sagte, wenn das Ding kaputt ist, dann wird innerhalb von sieben Tagen, je nach DHL-Versandtagen oder Versanddauer, innerhalb von sieben Tagen das Gerät ausgewechselt. Man bekommt sofort ein Ersatzgerät. Und das kaputtgegangene Gerät wird dann geprüft, wo der Fehler lag. Und wenn das ein Garantiefall ist, dann wird das zu 100% übernommen. Ihr kriegt einfach eine neue Waschmaschine und zeigt dann eure Sorgen los. Und ihr könnt diese Garantie auf fünf Jahre erweitern. Das kostet um die 150 Euro, also drei Jahre nochmal auf die normale Herstellergarantie drauf. Und habt dann fünf Jahre Garantie auf eure Waschmaschine und werdet sogar auf den Campingplätzen mit so einem Ding beliefert. Ich habe da ein großes Vertrauen. Aber vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der sowas schon mal genutzt hat oder vielleicht auch schon mal einen Garantiefall hatte. Dann könnt ihr euer Feedback gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn das, was ich bisher gehört habe, klang alles immer sehr vertrauenserweckend und sehr, ja, dass einfach alles immer gut funktioniert hat. Und das würde mich einfach mal interessieren. Wenn ihr eine besitzt, wenn ihr eine benutzt habt, aber auch generell, wie ihr dieses Video findet oder dieses Konzept einer Waschmaschine im Wohnmobil. Das würde mich sehr freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zu unserer Hausmesse kommt, 13. bis 14. April, beziehungsweise 12. Da geht es ja schon los in Mannheim und in Wertheim. Dann könnt ihr auch die Tiny Wash mal anschauen, könnt euch auch beraten lassen. Selbstverständlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann.